hier so oder von hier oben direkt also sonst hätte ich gesagt wir machen optional und boxen uns durch so ich nehme auf jeden fall so musst du sagen also wir können auch gerne na mir ist das an sich ist mir das ziemlich boogie dann lasst uns da oben starten dann gehen wir richtig und evakuieren und wir müssen nicht hin und her rennen anti material das und auf jeden fall ne hier get link sperrfeuer das wollte ich haben einfach um es mal auszupieren wobei wahrscheinlich wäre der präzisionsschlag hier besser gewesen beim soren titan stelle mir jetzt so ein riesiges käfervieh vor wo ein einzelner richtig heftiger schlag besser wäre auf einer stelle als ganz viele überall äh weiß ich nicht war gut hilfreich tipps aus dem trainingshandbuch bleibt ruhig auch bei mir steht gelenkte demokratie ist ein eckpfeiler einer hochkultur okay so ich bin mitten im wald gelandet ähm anti material ich hab was gefunden gekritzel auf einer bombe für den alien abschauen noch mal was die kritzel auf einer bombe für den alien abschauen was ja stütter ist gut oder wenn du darauf schießt explodierst du auch ne ja ich weiß da hat sich gestern einer direkt neben mir mit umgebracht wo ich auch gedacht hab du hält bist doch ich hier hält mini new ist das so direkt vor uns ja ja ich bin mal gespannt wie riesig das vieh ist eine titan klingt schon groß eigentlich ne mal gucken ich weiß nicht ob da jetzt schon der ganz große kommt ich würde auch nicht wie in ihrer rein rennen okay ich würde da einmal den adler luftflag machen da hinten ich bereite schon mal den das gettling ding vor ich denke von uns ist eine kleine herde das war schon ja ansonsten will nachricht kommen dass er dort ist vorsichtig ja ja nicht dass wir unseren eigenen mgs wieder abgeschlachtet werden und dann schneide ich noch eine grenade hin grenade eine nade okay die haben geht hier ist ein bisschen moon hier ist ein springendes vieh das war der säure titan das ging ja ein bisschen sehr schnell ne nein 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 war er nicht definitiv nicht das hatte mich jetzt auch sehr enttäuscht ehrlich gesagt ich habe eine seltene probe gefunden ich habe eine seltene probe gefunden oh eine seltene probe du bist ja ein geiler hengst kann man damit auch abgelehnen bestimmt ne ja das sind die orangenen dinger ne ja da ist einer muss damit viecher töten also mache ich das auf in wir haben einen bug durchbruch oh ja ich sehe es warte ähm Oh wer hast du? Hast du gerade einen Luftstück gemacht? Ne, ne, nur ein... ...Hardler. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst den ausreichen, ne? Ja, weiß ich doch nicht. Ähm. Oh! Hehe, ich lag noch auf'm Boden, das habe ich gar nicht mitgeschnitten. junger mann könnten sie mich bitte einmal reviven ja genau schmeiß mich doch in die gruppen rein aber ich denke nicht sogar schauen wenn ich auf den land nein nein danke aber hier geht allgemein ganz schön viel ab nee der ist direkt vor dir hinter dir meine ich wieso denn immer ich weiß nicht ich mag er sich einfach nur nicht jetzt tot eventuell wieso bin ich denn schon wieder tot ich bin ich immer sterben es läuft echt gut dein maul geht mir aus der sonne dir dein freundlichen dreckssicher wo bin ich denn eigentlich so wir haben noch nicht mal den titan hier sind ist so wir verrecken die ganze zeit aber haben noch nicht mal den eigentlichen gegnertypen gefunden jo der müsste irgendwo links von uns sein so wie jeder flex aber netter strom lass mich raten du hast ihn gefunden äh ja ach du scheiße oh nein das ist hinter ihnen geflogen nein das ist beides direkt neben mir eingeschlagen das ist beides direkt neben mir eingeschlagen so wie in den nächsten tippen aber und 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 wege mich zu verpi ja jetzt ist er glaube ich verwirrt ich mache dem auch einfach gefühlt kein schaden geht er weg geht er weg das war gut was ist denn mit den viechern war eine gute idee warum sind die denn so aggro auf mich ich hab dir gar nichts getan ich hab genau vorrät auf ihn geworfen die vorräte kommen genau auf ihn die kommen genau auf ihn und die waren nicht drauf warum ich wie warum du oh ja doch das hat ihn wenigstens ein bisschen getrunken das will er doch mal verwecken ich bin ja auch mittlerweile einfach nur am ausweich ach wir müssen ihn vorne noch treffen deswegen vorsicht 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 ich bin genau scheiße ja was soll ich machen ich wollte gerade noch rein und dann noch ein paar Stattchen gemacht das Junge 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 Club Junge Junge Oh, ich hab sechs Fächer erwischt. Nicht langsamer werden. Langsamer werden ist kacke. Der ist direkt hinter mir. Oh, verdammt. Ja, ich weiß. Der ist genauso schnell wie du. Das finde ich sehr, sehr ungeil. Was war das jetzt? Du bist irgendwo reingelaufen gerade. Ja, du bist irgendwo reingelaufen. Ich erinnere mich mal kurz so ein bisschen. Dass ich hier wenigstens mal drei Sekunden habe, um... ...den zu machen. Jawohl, ist das viel nervig. Oh, fuck. Oh, fuck. Kommt der jetzt gerade zu dir wieder? Was denkst du denn? Ich hab'n Gatling-Orbitat-Streik fertig. Ja, super. Ja, ich muss den woanders mal hinwerfen, damit wir mal ein paar Fächer loswerden wieder. In der Hoffnung, das passiert auch. Oh, der Dickel ist da. Oh, der Dickel ist da. Ich hab'n Gatling-Orbitat. Was? Oh, der Dickel ist da. Ich hab'n Gatling... Ich hab'n Gatling-Orbitat-Streik. Ja. Das interessiert ihn auch einfach überhaupt nicht, ne? Nö. Wo sind da vier jetzt? Irgendwo bei mir. Ach, no. Diese Verlangsamungskacke hier mal, ne? Hast du irgendwo bei dir? Ich glaube, ich weiß nicht. Ne, der ist bei mir. Oder ist er los? Ich erwisch den jedes Mal, ne? Ja, aber das interessiert ihn einfach überhaupt nicht. Ja. Alles gibt's doch nicht. Wie bugt euch, wo wir sind denn hier? Alle. Ey, ähm,ähm. Wow. Ich muss sagen, die sind eindeutig falsch bewaffnet. bewaffnet ja eliminiert vom jäger direkt neben mir ist ein nest aufgetaucht das war gerade ein bisschen unpraktisch und diese diese viecher die jetzt gerade bei dir sind sie waren bei mir zu haufen oh nein das ist jetzt nicht dein ernst ich hab ihn erwischt mit der vorwärtsbarke er hat mich plattgemacht erst beim sterben auf mich drauf gefallen doch das ist nein weiter das ist nicht erst beim sterben einfach auf mich drauf das ist nicht dein ernstes wesen doch liberty Tee